Wir sind jetzt hier auf der MIPIM, auf dem Boot der Grossmann Group. Wir sprechen über das Thema bei dem aktuellen Immobilienmarkt. Der Jürgen und der Svet, die denken ja immer global und agieren lokal. Und da ist jetzt genau die Frage, die ich an euch gerne richten würde. Was sind denn jetzt aktuell die Hürden am Markt? Also die Zinsen sind auf jeden Fall bekannt. Es gibt ein paar politische heikle Themen, gerade bei den Wahlen und so weiter. Was sind so eure Sachen, wo ihr sagt, die sind gerade die kritischen Themen? Und was sind die Sachen, wo ihr sagt, die laufen aktuell richtig gut? Wie richtet ihr euch da aus in der Zukunft? Ich würde erst mal drei Sätze sagen über die aktuelle Situation. So etwas haben wir noch nicht erlebt. Wir haben die erste Krise, die Corona-Krise überlebt. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Dann die Nebenkosten sind brutal hoch. Dann die Bauzinsen gehen erhoben und die Baupreise auch. Und man kann mit ein oder zwei Problemen, aber mit fünf Problemen kämpfen. Das ist brutal. Jetzt, wenn du was Neues baust, bist du pleite. Das ist tatsächlich so. Du baust was, gibst du 100 Prozent aus und dann kannst du es für 80 Prozent ausgeben. Das funktioniert nicht mehr. Deswegen muss man ganz anders denken. Und wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert das? Weil auf dem Wohnungsmarkt, du kannst nicht die Wohnungen viel zu teuer verkaufen. Die Leute können es nicht bezahlen. Also günstig bauen geht nicht, weil wir haben klare Normen. Was ist jetzt die Lösung? Und wir haben den Markt analysiert und wir haben klare Struktur oder klares Konzept für die nächste, würde ich sagen, drei, vier Jahre. Wir konzentrieren uns auf hochwertige Residenzen für Senioren mit Service. Und das ist aktuell, dass wir sie machen. Jürgen macht ein richtig geiles Projekt aus einem Kloster. Und da kannst du auch ein bisschen was dazu. Also ich sage mal so, wir haben ja schon immer auf die Frage, was wir so machen und was unsere Strategie ist, haben wir schon immer gesagt, wir machen das, was sinnvoll ist. Und ich glaube schon, das lassen wir da dabei. Und insofern sind wir es aber auch gewohnt, dass wir uns einfach einstellen auf neue Situationen. Also Lehman Brothers hat vergessen, das war ja auch schon ein Crash da in 2008, wo uns auch tankiert hat. Und zwar waren wir damals noch nicht so sehr im Entwicklungsbereich unterwegs und als Architekt haben wir Glück gehabt, dass ein großes Projekt lief, wo uns durch das Tal da praktisch durchgetragen hat. Ich glaube, dass du heute mit klassischen Projekten eigentlich gar keinen Blumentopf mehr gewinnen kannst. Weil, so wie es das Wett gerade erklärt hat, der Verkaufspreis ist geringer als der Einkaufspreis. Nachts sind es ja allem drum und dran. Und deshalb glaube ich, dass du Immobilien heute mit Mehrwerten versorgen musst. Also, dass du nicht nur eine normale Wohnungsmiete bekommst, sondern dass du die Immobilien mit Wohnungsmiete und Servicepaket und, 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 dass du einfach mehr verkaufst, als einfach nur eine Wohnungsmiete. Ja, okay. Und, und, und damit kriegst du immer noch eine vernünftige Rendite und damit kannst du auch noch einen vernünftigen Kaufpreis kriegen, wobei sicherlich im Moment die Zeit verkaufen nicht ideal ist. Ja, okay. Und wie löst man dann das Problem, dass dann die Mieten immer teurer werden? Weil das muss ja auch irgendjemand dann bezahlen, wenn dann noch zur Miete noch Servicepauschalen und sonst was oben drauf kommen. Wie geht ihr damit um? Wir haben erstmal in das, was wir machen, alle Qualitäten gebündelt, die wir aus der Vergangenheit erworben haben. Wir können wunderbar umgehen mit Bestand. Und wie vorher gesagt, Neubau, wenn man neu baut, dann ist man schon pleite. Wir bewegen uns mehr im Bestandsbereich und in diesen Bestandsgebäuden finden wir die Qualitäten und aus diesen Qualitäten machen wir das aus. Und der Schwerpunkt jetzt sind hochwertige Seniorenresidenzen mit Service. Wir haben vor 2019 haben wir eine Hotelimmobilie erworben. Wir wollten erstmal eine hochwertige Hotelimmobilie auch weiter betreiben und dann haben wir gerechnet. Und jetzt haben wir daraus eine hochwertige Seniorenresidenz gemacht mit Schwimmbad, mit allen Features. Also was wir gerade gesagt haben und was wichtig ist an dem Punkt ist, dass diese Mehrwerte, die wir oben draufschlagen, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir mit dem Gesamtprodukt aber immer noch viel billiger sind als das Standardprodukt. Das Standardprodukt ist ja das klassische Pflegeheim mit auch wieder einer Million Vorschriften. Und deshalb große Probleme, wir gehen ja ständig, jede Woche gehen ja irgendwelche Pflegeheime in Grand Hops, weil sich das nicht rechnet. Aber wenn du da reingehst und machst die Tür auf, zahlst du einmal 4.000 Euro, ohne dass du groß was hast. Und wir machen ein Produkt, das kostet 1.600 Euro, ist viel hochwertiger. Und du kaufst dann immer nur das dazu, was du brauchst. Ah, okay. Wenn du Pflege brauchst, Pflegestufe 1, kriegst du Pflegestufe 1. Wenn du 2 brauchst, kriegst du 2. Wenn du 3 brauchst, kriegst du 3. Wenn du essen willst, kriegst du Essen. Wenn du es nicht willst, dann kriegst du es nicht. Kriegst es nicht. Kannst du auch selber, kannst du abends selber machen, kannst du ein Frühstück selber machen. Mittags sagst, möchte ich aber essen gehen. Das heißt, wir machen ein Produkt, was viel besser ist, wie das Existierende und preiswerter. Okay, und dann ist das Szenario aber auch überwiegend behalten oder auch viel verkaufen dann? Ne, behalten. Behalten, ja. Das finde ich auch so gut bei euch, weil ihr passt euch da schnell an. Wenn ihr mal ein Projekt verkaufen wollt, dann merkt ihr, der Markt ist gerade schwierig. Dann tut ihr es schnell umswitchen und macht dann halt was anderes draus und behaltet es einfach. Wir haben ein Hotel gekauft und haben jetzt ein Pflegehotel draus gemacht. Weil wir sehen bei 7plusclubs, sehen wir das ganz arg oft, dass die Kunden kommen mit einem Projekt und die beißen sich halt die Zähne aus und wollen es halt unbedingt verkaufen, anstatt halt den Schalter umzulegen und was anderes draus zu machen. Ich verstehe gar nicht, warum es so ist. Weil das Projekt nur beim Verkaufen funktioniert. Die haben das Projekt gerechnet bei Verkauf von 26- oder 25-fache Jahresmiete. Die Miete aber ist nicht so hoch und der Markt erlaubt nicht solche hohe Preise. Wir machen nur Projekte, die sie auch beim Vermieten rechnen. Aber es ist nicht bei den anderen. Also wir setzen überhaupt nicht auf Wertzuwachs. Also wenn wir eine Immobilie anschauen und uns entscheiden, die zu kaufen, dann machen wir das nur über die Rendite. Nie über, dass wir kalkulieren, ja, das ist ja in fünf Jahren so und so viel wert oder so. Das interessiert uns gar nicht. Das ist richtig gut, weil dann passiert auch in der Krise nichts. Also ich mache mir manchmal Sorgen, weil ich denke, bei uns ist noch gar nichts passiert. Und bei allen passiert so viel. Ich denke, ich habe hier irgendwas verschlafen oder so. Aber bei uns, wir haben tatsächlich im Moment noch gar kein Thema. Ja, ja. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, das ist gut. Ich habe auch mit welchen geredet gehabt, mal in München. Das war vor drei, vier Jahren so ein Bestandsentwickler. Und die haben gesagt, die kriegen gar keine Objekte mehr, weil die mit 50% EK reingehen. Und da gibt es halt so ein paar Player am Markt, die machen immer 110% Finanzierung und überbieten halt jedes Angebot. Und die sind jetzt alle, ja, hops gegangen, ja. Das ist echt so, ja? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also im Moment, der Immobilienmarkt, der wird sich schon konzentrieren. Ja. Sehen wir ja auch hier weniger Yachten als letztes Jahr. Ja, viel weniger, oder? Ja, ja. Vielfältiger Leute. Draußen sind, früher war die ganze Halle voll. Jetzt habe ich gemerkt, der hintere Viertel ist einfach abgesperrt. Da gibt es gar nichts mehr. Ja, und es ist gut, aber wir können den Markt nicht verändern. Wir müssen damit leben. Und das machen wir auch. Wir haben auch in der Pipeline, haben wir auch weitere spannende Projekte. Wir haben noch ein Projekt in Bad Sengen, direkt an der Schweizer Grenze. Das ist, wir machen dort, bauen eine schöne Wohnresidenz im Urpark neben der Therme. Die ganze Struktur ist da und wir müssen nicht Millionen ausgeben. Und dafür können die Leute das auch preiswert nutzen. Voll gut, ja. Wenn wir diese einzelnen Parameter zusammenzählen, am Ende kommt ein hochwertiges Produkt, was wir preiswert anbieten können. Und genau das ist der, ja. Ja, sehr gut. Hört sich gut an. Was ist so eine Mindestrendite, was ihr beide jetzt empfehlen würdet für eine Bestandsimmobilie nach der Entwicklung? Wenn man alle Kosten und die Jahresmiete reinrechnet. Wir gehen immer von 10 Prozent aus. 10 Prozent? Ja, das wollen wir. Und wenn es dann 7 werden, dann ist die Welt noch in Ordnung. Aber das schafft man auch nur, wenn man irgendwelche Visionen einfließen lässt. Oder gibt es irgendwelche Mehrfamilienhäuser bei euch in der Region, die kaufst du einfach und vermietest zu 10 Prozent. Das gibt es ja nicht, oder? Das gibt es nur bei Bestandsimmobilien. Neubau, das ist schwierig. Ja, okay. Ja. Also sicherlich nicht im hochwertigen Bereich. Okay, okay. Ja, vielleicht so billige Aufteilergeschäfte oder irgendwie sowas. Irgend so Schrottimmobilienhalten. Irgend so was vielleicht, ja. Aber das ist nicht unsere Welt. Ja. Wir machen, wir schaffen Mehrwert. Also, ich sage mal, diese billige Sanierung und nachher aufteilen und verkaufen, dann ist das Objekt kaputt. So was machen wir nicht. Wenn wir was machen, hinter uns ist 10 Jahre Ruhe und dann gibt es auch ein Referenzobjekt. Alles, was wir gemacht haben, können wir auf unsere Referenzliste packen. Wir haben nichts zu verstecken. Das sind nur geile Sachen. Okay, hört sich sehr gut an. Wir haben auch immer zwei Lösungen, nämlich verkaufen oder behalten. Und dann guckst du schon automatisch, dass du sowas Vernünftiges hast. Weil der Behalten Case muss ja in Frage kommen, weil wenn der nicht, dann kaufst du eh nicht. Dass ihr Erfolg habt, sieht man ja hier auch, genau, auf dem Boot. Und danke für eure Einblicke. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen und daraus gelernt, dass man halt immer auch auf den Plan B gucken muss und Immobilien halt im Notfall auch behalten können muss. Ja, weil wenn das nicht geht, sieht man halt in der heutigen Immobilienzeitung oder auch von den letzten paar Wochen, dann dreht es einem halt einfach den Hals rum. Und dann danke dir, Jürgen, für deine Zeit. Gerne. Guten Hunger gleich, gell? Schöne Miss. Lasst euch schmecken und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben.